Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video auf meinem Streberinvasion Brawl Stars? Ich bin auch heute gar kein Brawl Stars, bin ich eigentlich bescheuert? Nochmal. Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Fortnite Video auf meinem Kanal Streberinvasion Brawl Stars. Und ihr seht es bereits am Titel. Wir zucken heute das Update an. Ich wollte es eigentlich gestern schon machen, aber gestern war ich halt krank. Also nicht richtig krank, aber halt ich wurde von der Schule nach Hause geschickt. Und wie blöd hätte es dann ausgesehen, wenn ich da ein YouTube-Video gemacht hätte. Aber mir geht es jetzt ansatzweise besser. Was heißt ansatzweise? Also ich hatte Probleme mit dem Magen, halt einfach mir ist halt richtig übel geworden in der Schule. bestenfalls konnte ihr die Runde jetzt auch mal starten. Ich finde dieses Game seit dem Update halt auch irgendwie besser. Ich meine, ja, ich bekomme übrigens auch Bad Battle Pass. Weil ich auf jeden Fall auch nochmal ein extra Video zu machen. Es gibt jetzt nämlich zwei Personen, die das für mich machen würden. Je nachdem, wer schneller ist. Ich werde das auf jeden Fall auch noch in dem Video bringen, wie gesagt. So, let's go. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht allzu viele Gegner. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr denn das neue Update? Ich finde es eigentlich ziemlich nice. Achtung, bis die Aufnahme nicht ausgeht, weil nach 15 Minuten geht die Aufnahme automatisch auf. Ich glaube, ich habe noch nie in Fortnite die Solo-Runden gezogen. Ich glaube, ich habe noch nie in Fortnite die Zeit. Ich glaube, ich habe noch nie in der Schule. Es geht jetzt halt auch fast gar keine Waffen mehr, wie es früher halt gab. Ich finde das Update einfach noch zu geil. Hä, wo ist denn die Truhe? Ach, da oben! Ich bin auch da unten lang im Zug. Woher nehme ich das mit? Geht mal mit. Mehr Maschinenpistole und Gewehr. Nee, nee. Ich brauche immer eine Shotgun hier irgendwie. Hier gibt es halt so Shotguns, aber halt in Maschinenpistolenform. Ich bin auch da oben. Du bist ja mein Schiff bist du wieder. Ich bin auch da oben. Du bist ja mein Schiff bist du wieder. Ich bin ja noch nicht. Wieso? Du war doch gerade noch ein Boss. Ich war doch gerade noch ein Boss. Was? Ich habe euch gerade gesehen. Du isenleer. Und wie geht es jetzt auch mal insgeschmeidig? Wieso? Ich bin auch immer ganz geschmeidig. Wieso? Sprache lernen, weil wir an der Stelle. Töffler schrottelte. Töffler schrottelte. Ich nehme fast nie Silberwaffen eigentlich. Silber? Ja, Silber. Silberkau. Silberkau. Gut, das gleiche hinaus. So. Och. Ich hab doch hier gerade eine Tour gehört, Digga. Egal. Und der Bus ist oder der Bot ist auch weg. Ach, hier ist er doch. Hallo. Tierknochen? Nö. Es geht jetzt auch so Tierknochen, damit kann man irgendwie Waffen bauen. Hier, das könnte ich jetzt glaube ich mal zeigen. Ne, Moment, ich bin Pulskanaten. 4, 24. Ich hatte gestern 25 gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das neu ist oder... und das einfach nur das Zufall war. Aber bestenfalls sollte ich jetzt mal Zone gehen. ist da oben. Das läuft jetzt zu geil gerade. er ich hoffe einer von denen hatten die dir die habe ich doch schon und wenn es ist die Schrotflinte in die Lose zu fluggewehr dann kann ich es auch auswechseln Jungs nach Natur ich höre es aber ich sehe es nicht und natürlich keine Baren einiges und schon wieder kein BG was ist denn das Tiefler Schrotflinte Moment mal hier sind Granaten das kann ich jetzt mal kurz zeigen jetzt kann man hier nämlich die Hälfte Garten nicht mit ich bräuchte jetzt nämlich ich noch Ach nee, der bräuchte sich einen Mechanikbogen, okay Ach nee, das kann ich denn dazu aus... Moment, dann brauche ich mal ganz kurz von dem hier unten zu von dem Bord hier ich könnte sich mit dem Tierknochen holen ich hoffe, der hat hier du bist so auf die Lose ich bin tot, ich bin safe tot, ich muss, ich muss verstecken, nieder ich brauche mit geht ich kann mir kein Matt geht Ey Gott, mir kein Matt geht! Mann ey, vor allem ja, ein legendär aber als habt ihr, wenn ich jetzt mal einen kleinen Einblick gehabt wie das Update so generell so ein bisschen ist schön, dass eigentlich relativ geil ich kann euch auch mal gleich die Belohnungen zeigen, die man im Battle Pass bekommt wenn man den Battle Pass halt hat ich hab schon 1-2 Belohnungen bekommen und hab auch 200 Rebugs gehabt, hat mir halt den Tanz gekauft aber ich sag mal so, der ist nicht ganz so geil den, den hier gab's gratis und... Moment, wo ist er? den hier hab ich mir gekauft, den Scheresteinpapier und hier kann man halt den Battle Pass ok, zur letzten Weile hier den Skate finde ich eigentlich gar nicht mal so geil, aber es gibt hier halt noch viel mehr zum Beispiel Lara Croft und so die Leuchtfackel beim Fliegen ja gut, das ist eigentlich voll geil ich hab'n neuen Tanzwischen denn ne, Running Cat wirst du jetzt nicht machen, du bist wieder wegen Copyright rausgeschmissen wie das letztes Mal und damit würde ich sagen, was ist es heute mit dem Video? Lass gerne einen Like da, morgen mache ich auf jeden Fall auch mal wieder ein richtig richtig geiles Video hoch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal ciao, ciao 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 ciao